Wer bin ich? Warum bin ich? Und wodurch bin ich? Bin ich allein durch mich Ich geworden? Oder warst es Du, der mich zum Ich gemacht hat? Grundlegende Fragen der Menschheit, hohe kompositorische Fertigkeiten und eine aufwändige Tanzinszenierung sind die Grundpfeiler des Projekts Ich und Du von Daniela Rusch. Der Bühnenraum wird dabei durch zehn Fernsehapparate begrenzt, auf denen assoziative Videobilder unser allgegenwärtiges Unterbewusstsein symbolisieren. Und der Bühnenraum war sehr viel Verbreitet.